Schlank sein beginnt im Kopf und mit dem Salatkopf. Dieser besteht zu 95% aus Wasser und die anderen 5% haben es in sich. Die reichlich enthaltenen Faserstoffe quellen den Magen und Darm auf und regen so die Verdauung an. Frische Kräuter sollten bei ihrem Einkauf nie fehlen. Petersilie ist ein Vitamin-C-Wunder und damit ebenfalls wichtig für die Fettverbrennung. Brennnessel und Kerbel kurbeln den Stoffwechsel an. Kapuzinerkresse wirkt verdauungsfördernd. Kurzum, je grüner, desto besser. Kohlrabi enthält neben Vitamin B1 und A auch viel Magnesium, was Energie spendet. Übrigens, Kohlrabi-Blätter enthalten ein Vielfaches an Vitaminen und Mineralien. Also unbedingt mitnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oderội-B undredage erbinden. Über Untertitelung des ZDF für funk, 2017